meine damen und herren einen wunderschönen guten tag aus antaglia wir sind gerade im hotel und guckt euch mal diese geisteskranke lobby an oder oh mein gott habt ihr schon mal sowas gesehen mit am start jonesy boy back in the building du hast eine sache vergessen erzähl mal echte kristalle aus prag echte kristalle aus prag ihr habt gehört und und trommelwirbel ganz kurz 35 kilo gold an der decke wir haben sehr angenehme 15 16 grad es sind perfekte voraussetzungen um eine dünner tour zu starten wer darf bei einer dünner tour in antaglia nicht fehlen meine damen und herren ihr wisst die ganze döner äußerei zeitig von alleine deshalb ist der heutige Sponsor des Videos Clark. Clark ist eine Online-Versicherungsmanager-App, in der ihr eure ganzen Versicherungen auf eurem Handy übersichtlich sehen könnt. Da wir alle eh nur am Handy sind, ist das ideal. Ich bin seit kurzem selbstständig und diese App kommt wie gerufen, Alter. Ich habe all meine Finanzen und Daten auf einen Überblick und muss mich um kein Papierkram kümmern, Decker. Was gibt's Geileres? Keiner mag Papierkram. Mit der Funktion Bedarfscheck könnt ihr mit nur ein paar Klicks zwischen 160 Unternehmen eure Versicherungen optimieren. Und die App sucht für euch das Beste raus. Das heißt, ihr spart Geld und habt einen sehr, sehr guten Überblick. Perfekt, Bruder. Ich habe sowas immer gebraucht. Wenn ihr euch jetzt mit dem Gutscheincode OSAN anmeldet, dann könnt ihr als Neukunde nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich einen Amazon-Gutschein in Wert von 45 Euro gewinnen. Dafür müsst ihr nur drei verschiedene Versicherungen hochladen, die ihr noch nicht mal mit der Clark-App abgeschlossen habt, Decker. Ich würde sagen, die 45 Euro kann man mitnehmen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, dann ladet gerne Clark runter. Wie gesagt, ich benutze es selber und es ist sehr, sehr hilfreich, Alter. Weiter geht's mit dem Video. . . . Ich weiß, was du über mir hörst. Ich weiß nicht, was du hörst, ich tröne. Ich hab nicht mehr gebraucht, ich hab keine Angst gebraucht. Das ist ein Möpfer von Fransch. Ich hab keinen Angst gebraucht, was du schiefst. Also, ich bin schiefst. Der ist das jetzt. Der ist das. Der Mensch wird jung und das haben. Der ist das. Der ist das. Der ist das. Der ist das bei der Kinder. Dazu für heute, Dönerji Hakkebaba seit 1924. Also der ist fast 100 Jahre alt, Jonesy. Guck, Hakkebaba ist da oben. Was geht Hakkeabe? Oh, das sieht sehr, sehr saftig aus, meine Damen und Herren. Mit diesem Feuer, ey, das harmoniert sehr, sehr geil. Es gibt kein geileren Geruch als Tereya, Burak. Guck mal, diese Kombi jetzt, Bro. Pilau, Et und der Torpedo. Ohne viel zu reden, das ist genau, es trifft genau meinen Geschmack, Bro. Soğan mu? Abi, Buya. Geldi. Ey, Bro, er hat heute kein Mund, Digga. Wir sind doch da, Bruder. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ganz klassisch, Tomate, Zwiebel, Fleisch. Oh, oh, oh. Dükkan bize kaldı. Hahaha! Dükkan bize kaldı. Demekten bana konuşamıyoruz. Dükkan bize kaldı. Ahhhh. Das Kass. Hüsein! Wir haben hier geklagt. Wir haben hier geklagt. Sie müssen die Gäuble machen. Wir sind unsere Objekte. Wir sind hier in der Ruhe. Wir gehen jetzt in der zweiten spot. Wir sind die Musik. Willkommen zum zweiten Laden unserer Antalya-Tour Arzum Döner Guck mal der draußen so ein Döner spielt als Deko Abi kolay gelsin Achtet mal auf die Schönheit dieser Flamme Schere Domates Schere Du hast ja auch immer über seine Witze zu machen, okay? Lustigste Mensch am Ende Wir sind gerade Zeuge, wie ein Spieß dran gemacht wird Guckt euch das mal an Abi katschkulobo? Das ist wirklich, das sieht sehr, sehr brutal aus, geil Oh, Döner mit Tomatensauce, Brot und ein bisschen Tereya drauf Unser Döner ist am Start, meine Damen und Herren Unser Döner gibt es diese Diese Zwiebeln und Biber passen wirklich sehr, sehr gut, Alter. Das Fleisch, lecker. Also ich habe in der Türkei selten so ein gutes Fleisch gegessen. Das ist mein Lieblings-Hüseyin, wo hast du uns getirdet? Das ist mein Lieblings-Hüseyin. Das ist mein Lieblings-Hüseyin. Das ist mein Lieblings-Hüseyin. Das ist mein Lieblings-Hüseyin. schonum Das ist mein Lieblings-Hüseyin. Das war mein Lieblings-Hüseyin. Das war kein UN-Jagin. Ich bin Nein! Anders haben dispar... Das ist gut. Oh, Tavşan Kanu. Kalite. Kalite, das ist ein Tesadüf. Dilara, Yaşar'a geldik. Tulumba yiyeceğiz. Dönerleri yedik. Hep söylemiştik parmaktan sonra. Şimdi Tulumbacı, Yaşar'dayız. Teşekkürler. Başka bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Abi gel. Aman Tanrım. Ben bugün ölmezsem bir daha ölmem. Nasıl? Abi çok güzel. Yiyin birbirinizi. Tulumbacı, Yaşar'da yenir. Aç şokolları Yüseyin abi. Abi tansiyon, şeker, kolesterol kuştu. Gidiyor. Eşmiş yiyin tak. Evet. Olsan bana bir şeyler oluyor. Şu anda. Şu anda. Lan şu an şeker fırlamıştım. Ama dayanamıyorum. Yine bir tane de. Süsünüidiz abi. Então at capital arasında ondan yoktur. Yine bu neydi bu? Ağabey onu yersem dağılabiliriz. Yapma. Bunu da yiyeceğim ve bitireceğim. Konuyu kapatacağım. Ja. Ja Ich habe keinen zoom, ich habe keinen Print belang, ich will jetzt EKE. Ich möchte keine Arbeit geben. Meine Damen und Herren, das war's mit der Antalya Food Tour. Mit Hüseyin und Jonesy. Ey, war ne geile Folge, Bruder. Ab, du hast dir gefallen? Harika. Harika. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch mehr mit Hüseyin abe sehen wollt, dann gebt die Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, würde mich sehr sehr freuen. In diesem Video würde ich sagen, Ciao und O neydi, Kakao